Willkommen bei der Stofflibelle. Bei mir sind die neuen Sommerstoffe von Eglondin etsoe eingetroffen und die sind so schön, man muss sie einfach in Bewegung sehen. Zum Beispiel Bella Rosa, ein wunderbarer, zartfließender, viskose Stoff. Hauchdünn und doch blickdicht. Wunderschön für romantische Sommerkleider. Und davon gibt es auch eine Variante in Blau. Mit diesen zarten Stoffen kann man so richtig in weiten, fließenden, großfallenden Kleidern schwelgen, wie zum Beispiel dem Ballonkleid von Assembly Line oder wenn es besonders üppig werden soll, aus Tauker Nummer 11, das Kleid Elsa. Ergänzt werden diese Blütenträume von unifarbenen Chakarstoffen. Zum Beispiel Strelie in Magenta, ein unifarbener Stoff und erst durch die Bewegung sieht man das Muster. Strelie in Atlantikblau. Diese Chakarstoffe sind fest und zart zugleich. Sie sind wunderbar angenehm auf der Haut und überzeugen mit einem ganz weich fließenden Fall. Sie sind absolut blickdicht und daher auch für Röcke und Hosen ohne Futter geeignet. Zum Beispiel für die Brooklyn von Misophob oder einen ganz einfachen Hosenschnitt, den Pull-on-Trousers von Assembly Line. All diese Traumstoffe und die besten Schnittmuster dazu und noch vieles mehr findest du im Stofflibelle-Online-Shop. Schau gleich mal rein und lass dich inspirieren für deinen selbstgenähten Sommerlook. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017